Oh, die Lions haben mal gewonnen. Ich werde narrisch. So, kannst du das auch wieder aufnehmen, Walburg? Jo. Ja, servus und hallo, willkommen zu Yatzi bei Board Game Arena. Wieder mit dabei, der Jake. Ja, ja. Und der Jockel. Yo, man. Unser Weißler. Ja, tiii. Zumindest mit der Stimme. Magst du eigentlich mitspielen? Nein, nein, ich bin hier nicht. Ich komme hier nicht voran. Nächstes Mal gerne wieder komplett, aber ich komme hier nicht so richtig voran. Ja, okay. Die Tierarbeit, die mache ich auch nur einmal. Ja, ja. Für die nächste Zeit nehme ich. Also, für die nächste Zeit. Zwei Monate. Aber gut, bis wieder irgendein neues Spiel kommt, was sich eignet zum Editieren. Vierer oder Vierer Pasch? Vierer Pasch, oder? Das sind 21. Aber da ist natürlich, ja, da oben die Vierer sind natürlich auch mal verloren. Ja, ja, vier. Jockel auf eins. Ja, man kann es ja mal versuchen. Na, liegt schon mal gut los. Der sympathische Clown. Hast du dir die eh mal angeguckt? Der ist nicht sympathisch. Er ist nicht mal sexistisch. Doch, das schon. Okay. Sexy bin ich nicht. ich habe noch mein akte x sieben drohen als es noch evan möchte nein dachte ich mir also kannst du kannst bleiben der Jake mit einem Punkt pünktlich and finally 12 points goes to Jake Yippie Yippie Uspa Buller Jake Was fürn Buller? Buller Wahn Buller Wahn Ulf ein Buller da geht es aber ab hier da geht es aber ab hohohoho das geht auch ab unverschämt na alter du du wassack ich meine natürlich gratuliere das kam gar nicht schlau das kam von Herzen das andere gratuliere ich heuchte das hier gar nicht erst Arschloch das kam von Herzen I love you nicht mal die Gratulation und Arschloch so knapp nebeneinander was haben wir hier ja aber du bist da oben schon mal ordentlich durch oder du bist jetzt die Vierer ah ja du kannst jetzt die Vierer Pasch oh yeah das ist was fürn Vierer Pasch ja was wird das werden wird hier auf die Sechser gehen oder Quatsch da hat sich jetzt nicht viel verändert da hab ich mich auch selber reingelegt er hat sich gedacht er hat wenn so einen weiten Vorsprung er wollte es nix ja ich wollte auf die auf die Klinkenstraße nein Jake lass das pss wuhuhuhu oah nemmmer mit reinweiber lass das mit 1 2 3 4 hättest du nicht nochmal können Jockel jopp warum wolltest du nicht weil ich die kleine straße anbraucht hättest du achso ne großartig schon achso ja toll aber danke für die Frage danke für die Konversation nachdem ich das letzte Mal von Jake als Arschloch tätowiert da ist Arschloch tätowiert ja ich hab sie jetzt zu dick auf meine Arschbacke kelt schönes Arschgeweih aber fach 1 1 1 1 1 1 1 1 Das ist eine gute Runde oder eine scheiß Runde? Eine gute Runde und die scheiß Runde. Aber noch bin ich nicht durch. Da ohne ich nichts hinkriege. Naja, nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Es wäre ein hoher 3er-Pasch gewesen, aber 3er-Pasch war schon weg. Es ist ziemlich viel Punkteverschwendung, dass ich das nur auf die Ding setzen kann. Wäre doch ein Full-House gewesen. Hatte ich auch schon. Hatte ich davon, dass es ein ziemlich teures Full-House gewesen wäre. Was machen wir hier? 2, 3, 4, 5. Kleine Straße. Yippie! Danke. Okay, Full-House führt noch der 3er-Pasch. Das wäre auch eine Idee. 2 und der 6er. Hier klappt jetzt aber auch nichts. Kannst du noch streichen, oder? Ja. Schweine habt. Schweine habt. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh... Oah-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Juden von 2. Wenn ich die 4 nehme, dann habe ich jetzt 4 Punkte, dann fehlen mir 15. Das heißt, ich müssen 3 Sechser haben. Streichergebnis habe ich auch noch. Gut, da oben nix. Das könnte eine enge Kiste werden. Na herzlichen Glückwunsch. Ja, oder ich geh auf die 4er. Hätte sonst n Dreierpasch. Kannst du den auch machen. Den dummen Dreierpasch. Ja. Naja. Naja. Ne war mit. Naja. Naja. ganz gut dabei der jockel aber ich krieg da oben nicht viele punkte raus und dreier und vierer pasch fehlen mir auch noch schnell auf dem gipfel angekommen und dann schnell da unten die punkte alle geholt und dann kommt jetzt momentan nichts mehr ich verabschiede mich schon mal wieder ja ich jetzt noch eine große straße hätte wäre das eine coole sache das was so eine große ja habe ich ja schon gut jetzt versuchen die sechs und die zu den anderen ja da ist ja schon mal ja dann fehlt mir ja nur noch jazzy und full aufs dann nicht so leichter ist das kleiner geworden mal wo hat den bonus den wird der jockel nicht mehr willkommen du kannst ihn schon noch kriegen aber da müsste dann jetzt auch mal was kommen du müsstest dich entscheiden am 5er oder 2er das ist vorbei wieviel 5er brauchst du jetzt geht es sich gar nicht mehr aus ne geht es sich nicht mehr aus 5 5er ja stimmt könnte höchstens wenn ich das hinkriege dadurch noch ein jazzy wieder bekommen du nur unter Na gut, du hast noch einen 4er Pasch. Ja, aber das ist nicht mehr möglich. Was findet dem Jake noch? 4er Pasch. Große Straße. Vorher hattest du so viele Straßen im letzten Spiel. Naja, im letzten Spiel habe ich die Große auch nicht gekriegt. Den habe ich verloren. Streichergebnis. Alter. Oh mein Gott. Alter. Ja, du mieser Mixer, du. Rüdes Arsch. Ich bring ihn um. Ich bring ihn um. Ja, tatsächlich, ja. Im letzten Atemzug. Alter. Gratuliere. Und gratuliere. Das gibt's nicht, ey. Mieser Wichser. Wahnsinnig. Nicht schlecht. Wahnsinnig. Wahnsinnig. Tisch. What? Da holt der nochmal im letzten Titel. Ach Gott. Oh, das ist echt so ein Krimi. Oh, aus Versehen die Aufnahme gelöscht. Hm. Hahaha. Ja, was hätte Weiwoh nie tun. Oh Mann. Der sicher geglaubte Sieg entglitt mir, wie die Gleitkriegen. hat Prozent auch sie sind die Leitkrieg wie Claudia Kleidkrieg die Klinik Klar, hm? Am besten gleich doch mal Niazi. Alter, du Wieserwieser. Ich bring ihn um. Ich bring ihn um. Aha. Kalle, mach was. Daum. 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 Geht aus, du blöde Bitch. Und dann gehst du mit. Das ist übrigens der Bundespreisler. Okay. 32, 16, 8 herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Also wer Bock hat, ne? Wer Bock hat, ne? Was machen, Valvo? Was erlauben, Jockel? Es tut mir leid. Raus! Drei, vier. Ich hab leider gespielt nach dem zweiten Zug. Guck, guck, da bin ich wieder. Ja. Nach dem zweiten Zug. Es freut mich, dass du zurück bist, Jocka. Ist genug. Freut mich richtig, dass du zurück bist. Ich krieg mich jetzt schon nicht mehr ein. Also ich sag dazu, nach dem zweiten Zug ist du lebendig genug. Ich überfahre ihn gleich mit dem dritten Zug. Jocka wird hiermit ausgeschlossen auf der Wert. Ja. Ich krieg die Tür nicht zu. Bumm. Tisch. Na? Uh, fast ne Straße. Halt. Ja, ich bin auch, glaub ich, der Einzige, der in den ganzen Runden noch keinen hatte. Lass mich gar nicht, hatte ich nicht, hatte ich schon eine Ahnung. Du hattest einen oder zwei? Dieser Clown. Pfff. Mh. Mh. Das war aber richtig schwach, Jockel, also wirklich. Nur vier Sechser. Alter. Da brech ich ins Esse. Das sind voll aus. Ist auch nicht so verkehrt. Kann ich machen, was der Wilde. Ja, das wäre doch eine kleine Straße. Achso, hast du schon eine kleine Straße. Ja. Das kann man eigentlich streichen. Ja. Ich kann euch schon beenden. Danke fürs Zuschauen. Achso, der hat noch nimmer den Bonus. Der hat bisher unten nur Jetsi und große Straße gespielt und liegt bei über 280 Punkten. Ja, das ist doch echt. Zum Schießen. Ja, auch nicht so verkehrt. 1,2,3,4,5. Na, haben wir ja leider schon. Kannst mir gehen. Warte, hier. Bumm. Warte, hier. Spiel mal auf dem flotten Fünfer. Hä, haben wir auch schon. 3er-Pasch ist ein bisschen wenig, oder? Aber besser ist nix. Und der erste Platz ist eh nicht mehr drin, also. Wie, der Joker schon gar nichts mehr. So. Sagt. Äh, der kann sich, der hat auch ganz gepflegt, die nur über den Einzelnen erlauben. Ja. Kann man auch sagen, hier hab ich was für euch. Hier, hier, hier. Äh. 3,5,6. Was? Ich glaube eher, dass ihr schöne Sachen habt, die ihr mir in den Hintern schieben. Haha. Mal wo? Wenn du jetzt auch damit anfängst, ne? In den Hintern schieben. Aaaaaah. Was gibt das wieder noch? Aaaaaah. Fünfer? Äh, Fünfer oder Vierer-Pasch? Was meinst ihr? Nicht, dass es noch wichtig wäre? Fünfer vielleicht eher. Hauptsache was in den Hintern schieben. Ja. Okay. Was darf das denn sein? Die fünf oder die zwei? Fünfer, hausen. Mehr. 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 Fünfer. Hausen. Fünfer, hausen. Fünfer, hausen. Fünfer, Fünfer, hausen. Wehe, du beschwerst dich jetzt schon, dann bringe ich dich um. Yes. Auch nicht so verkehrt. Heute war es das mit dem zweiten Platz. Ja, es ist echt so. Ach, das war doch schon wieder falsch. Es wird spät. Ja, schön, das einzige, was nicht da ist, ist ein Dreier. Ja, mach mal so weiter. Ja, aber streich mal. Jazzi, es ist eh scheißegal. Ich würde den Jazzi streichen, wir gegeneinander spielen, ich habe den ja auch schon gestrichen. Also, wir gegeneinander im zweiten Platz. Ich dachte, wer über 100 Joker jetzt noch mit vier Jazzi ist. Können's probieren. Ich glaube nicht, dass es gelingen wird. Es bleibt doch spannend, du. Ach, shit, jetzt hat er seine. Jippie. Haben wir heute noch einen flotten Vierer? Ja, deswegen habe ich vorhin auf den Vierer-Pasch gesetzt, aber ich muss ja jetzt erst mal die drei Vierer-Pasch. Die ich natürlich nicht bekomme. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ich hätte es auch entschieden. Ja, dann war es das, oder? Ja, fünf haben wir jetzt. Nice! Ja, okay. Und die Jazzi zur Absîtung? Das wär's doch normal. Ich brauch's dir in die Straße. Na, gratuliere. Danke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenigstens war das so absehbar. Beim letzten Mal war's gemeint. Diesmal okay. Er hat uns gleich am Anfang anal vergewohltätigt. Aber danach kam dann auch nichts mehr. Da ist dann sofort meine Ladung verschossen. Ja, und dann auch blau. Und unten war dann auch ... Ende Gelände. Ja, noch ein letzter, oder? Schaut's aus. Wie ist Jake noch drauf? Ja, eins nachher. Ich hab die ganzen Klubfragenvorlagen vorhin noch gemacht. Deswegen kann ich's morgen entspannt angehen, dass ... Jippie. Er kann auch schön gefüstet werden. Hallig. So, Joker, du weißt, was du zu tun hast. Goalkeepers zu suchen. Goalkeepers zu suchen, genau. Danke, Michael. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck welcher Risiko. Ich bin mit Physiko. Mit Physiko. Dann streichen wir mal beide unsere Chance. ff ffisico! transmisей Qor particularly Ui Kuchen Kieber nach Köln wenn es war für die Siegdorf Schlaf mich nochmal so richtig hart, wenn du kannst für die Siegd. Mach mal an! Sich für dich nicht weitersch texts! Geh zu. Geh zu. Geh zu. Geh zu. Geh zu. dass die Wiese ein du Arschloch Marschloch die Masi hat mal wieder Probleme zu bekommen Betriebs-Temperatur und da wurde ich hab mich so kommt auf Betriebs-Temperatur auf mich an auch welche Handelschwein Nein du mieses geiles Schwein Nein Schwein Ewa Ewa Ufa Ewa 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 Morgen check das dran Ich hab ja nen Andruck Ewa Das hat er gemein Wir haben übrigens nen Zuschauer hier im Spiel Ist der euch mal aufgefahren? Ewa 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 Geical Ewa Handschema Klatsch erholt Hauwitz Abwied E Ewa Gott sei Schochken Soll ich dich nochmal anrufen? Besucher St nach wo so haben wir die 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 jetzt fangt ihr auch an damit auch kuchen er hat gar nicht gecheckt ich dachte, das war die 2 ich darf ja wohl auch mal einen haben aber er sagt das noch nicht mal so gleich streiten hier oh kuchen mal was denn? Jotzi? Jotzi sag mal so also ich habe ich spiel ja meistens die Version Kniffel, ich habe in meinem Leben noch nicht Kniffel gebrüllt Knüffel Knüffel ich komme Knüffel Knüffel Herr vom Bönefeld Knüffel Knüffel Kling Kling wie Grunemeyer Knüffel Knüffel ohja Knüffel ohja Knüffel Buss mich vielmals entschuldigen Leute das ist was ganz wärs Und Donkey Knüffel él KNüffel ein geiler Kniffel also ich hab ne kleine Strahler ich bin schon so fertig dass ich nichts mehr schick das ist die Schuld vom Kniffel vom geilen Süßes Nein hier geht es mir richtig auf die Eier welke Knüffel dem geilen süßen Knüffel Na komm noch mal mehr erzählen hau raus ein Klatschi Hata ich übernehme das mal für Ihren Jake Nein Nein Knüffel und du hast ne Sau und du hast ne Sau da brüllt die Sau was soll die Sau denn im Meister Würfel? große Straße hab ich doch schon Nein hab ich nicht also hab ich nicht Mann 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 der macht mich fertig Stimmt da hat er recht hab doch eh schon abgeschlossen hab doch eh schon abgeschlossen mit der Welt das macht's nicht besser und das Geld ja das macht's nicht besser das sagt er war wohl schon manchmal richtig ne Köln Abdi Al Achim Abdi Al Achim Abdi Al Achim Ja was wird das Linksverteidiger da ist mal mit dem Weißler an Linksverteidiger Mann soll ich mit so ner Scheiße 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 Ruhe Hey ihr habt's zwei ich hab sie's gehabt ihr solltet sie beide ich hab in den ganzen Runden einen gehabt ich hab die wenigsten von allen also halt das Maul ich hab auch nur eine gehabt du Wichser ne whisper echt ich bin mir eigentlich relativ sicher das gibt's zwei äh äh n das ist der Joker der so viel hatte na und ich hab aber eine Runde sogar einen gehabt und hab nicht mal gewonnen das war die Runde die ich gewonnen hab doch nicht das war mir die eine von den 1000 ihr kackt kurz noch mal an der Wende ich weiß ich euch gegen die schlange wenn du jetzt es tut mir echt leid geiler fix schlitten da geht es zur sache bei den alten drecksäulen hier das ist unsere kunstige ja das müssten ja wohl mittlerweile wissen was hier rumgerülpst die furzt und rumgefickt zum teil auch wurde ja also ich dabei wohl dafür noch entschuldigt grüß an alle fans wir lieben euch auch alle echt wie die zahlen runtergehen gerade wahrscheinlich daumen nach unten zack 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 oder nach oben soll es einen zuschauer-counter geben was du diesmal jetzt streamen wenn Valvorek die Anmod macht 15 zuschauer sobald jemand anderes redet keiner mehr wurde umgekehrt er ist ja riesig ja sehr schön gut dass man die schon haben als zu mir geben ja meine güte ja das darf ich ja ich darf eigentlich den sechs jetzt nicht machen oder 18 habe ich noch 19 durch 5 4 5 aber wenn ich ja auch hier sechs mal ich will sich das ausgleichen den scheiß jazzy den jenig kriegen schreiß es 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 Oh, kann man mal mitnehmen. Jetzt, ich wenigstens den dritten 6 bekomme, dann. Ich sag halt, es wird noch interessant. Das kann ich eigentlich nicht. Dann sind da die 35 Punkte weg. Hier, scheiß Yazi. Das ist nicht mein Spiel. Ich möchte wieder Downfall spielen. Ich hätte es einfach verlassen sollen, nach den ersten 2 Metern. So, das war's. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Ja, fick die Hände. Fick einfach die dumme Hände. Oh, mein. Ich hätte es nicht wirklich zu einem gekriegt, ne? Alter, fick dich ins Knie. Die Stimmung ist am Kochen. Alter, Kai. Zu tot. Oh, weh. Zweiter Platz. Hätte ich mir nicht gedacht. Gratuliere. Von Herzen. Jetzt glaub ich. Wer kann da gerne ordentlich Ruhe geben? Ja, dir schon wieder. Gut, liebe Leute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an den Jogge fürs Pfisten. Gerne. Und den Jake und Jogge. Äh, und Weißlauf ist der Fall so. Auf Wiederlorge und Kibjatsi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.